Bayom, Vasco als Gorgone gegen... Bababam, wir haben Kyra, äh, Hyde, ähm, Ape und Bucket, war das richtig? Bin mir nicht sicher, wir spielen Verteidigung, danke fürs Einschalten, äh, ich weiß nicht auf welcher Map und ich bin das Monster, in der letzten Folge waren ja wir die Jäger und, äh, das Gegner als Monster und jetzt umgekehrt und schaut mal, wie er glänzt und irgendwie trotzdem hässlich ist Goldene Gorgone, macht's irgendwie nicht schön, das sieht ein bisschen aus wie so ein... Ne, es sieht einfach widerlich aus, es sieht einfach nur widerlich aus, wir sind Phase 3, ja, ihr wolltet ja Phase 3 Gorgone sehen, jetzt habt ihr sie Aber wir können mal kurz eine Machtdemonstration nehmen, Alter, mit einem Batscher, mit einem Batscher und einem Batscher Oh, zwei, oh, drei, oh, vier, okay, so, ich hab, ähm, diese kleine, diese kleine Actionspinne, die Entführungsspinne, wie nenne ich sie am besten? Die kleine Kidnapperspinne, ich weiß es nicht, die hab ich auf Stufe 3 geskillt, weil ich glaube, wenn ich hier richtig gut ziele, könnte ich da echt gut punkten Jetzt weiß ich aber folgendes, Leute, ich hab gehört, man kann hier an die Wände dran, sich irgendwie da dran kleben, ich weiß nicht, wie das geht Nein, wie geht das? Warte mal, nein, äh, bevor das Team nicht angreift, muss ich das kurz ausprobieren, ja? Ich muss das kurz testen, wie kann man sich hier an Wände dran kleben? Warte mal, wenn ich jetzt da hochkletter, geht das? Warte mal, wie bleib ich da kleben? Das verstehe ich nicht, warte, kann ich da? Nein, okay, warte mal, wenn ich einfach da mit dem Spider-Man-Saal hoch und dann shift, nein, wie? Bleib da nicht kleben, irgendwie, ich meine, das geht irgendwie, aber egal, okay, wir werden schon noch rausfinden, dass man sich irgendwie da so dran hängen kann Vielleicht da hoch, ich bin mir nicht sicher, die Drohne hat mich entdeckt, ja, fuck it Die Map ist sowieso ziemlich klein, warte, hier vielleicht Ich bleib, ich bleib der da, was, wenn ich gedrückt halte? Nein, ich, ich weiß nicht, Leute, falls ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare Ich weiß nicht, wie mehr das Ding, okay So, Big Buddha wurde verbunden, da ist klar, Buddha ist in der Haus Okay, warte mal, manchmal taucht da so ein komisches Symbol Jetzt kommt ein Skillshot, Leute Mal schauen, mal schauen, Mörser Und kommt der gut, nee, der war ganz schön scheiße eigentlich, okay Warte mal, chill Ganz da mal alles voll, okay, raus, 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 raus Bevor die Arena aktiviert wird, weil hier in der Arena kann ich gerne drauf verzichten Meine Spinne chillt da noch, jetzt kommt eine neue Spinne Ich weiß noch nicht, wie ich hier am besten, wie arbeite ich hier, muss ich kurz überlegen Die Reichweite der Spinne ist auf jeden Fall ziemlich klein, die stehen alle da oben auf dem Podest Das heißt, mal als folgendes Ich esse jetzt kurz was Wir müssen hier ein bisschen taktisch vorgehen Ich esse jetzt mal was Und dann greife ich von der anderen Seite an, weil die ist näher an diesem komischen An da, wo die halt alle chillen Kann ich mich da dran kleben, Alter Wie geht das? Manchmal taucht so ein komisches Spinnensymbol auf Und ich weiß nicht, was das bedeutet Na, wir werden es rausfinden Okay, so, jetzt gehen wir hier lang Die Diener gehen andersrum, das finde ich sehr gut So Na, jetzt liegen wir mal ein bisschen Okay So, ganz ruhig, ganz ruhig Relaxed Die Vögel werden nicht aufsteuchen Wir werden aber nicht von dem Viech hier gehittet werden Okay, ich wurde sowieso entdeckt So Aua Bucket Ja Gatscht da mal richtig schön drauf Und jetzt hoch Und jetzt schnell hoch Schnell Okay Batsch den da runter Alter Ja, mein Freund Ich herunter und jetzt die Explosion Jetzt die Explosion Oh Und jetzt die Spinne Und jetzt das Und alles Mach einfach alles Okay, kill die, Alter Warte Fucking kill die Alter, die haben so viel Schaden kassiert Vor allem der da Kill den Okay, der ist da Aber ich kassier ordentlich, Alter Ich kassier ordentlich Batsch 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 Und Batsch Oh, die Geschütze Stimmt Alter, die Ich kann es vergessen Alter, wo sind die anderen Die Spinne hat die Alter, die wurde entführt Alter, Geschütze Kannst du das mal ein bisschen mal lassen Okay, so Das bräuchte jetzt meine Diener Ich beende das hier, Leute Ich beende das hier Zack Alter, der ist mir in die Flossen gesprungen Und der letzte Ja, nein Okay, die Spinne macht es Die Spinne, bitte Ja Die Spinne Ich meine, die Spinne hat den doch jetzt, oder? Ach stimmt Das gilt ja nicht Ah, das habe ich gerade vergessen Okay, raus Das gilt ja nicht mit den Jäger-Kills Ah Das tut weh, ey Fuck Jetzt habe ich richtig Schaden kassiert Und Jäger spawnen ja immer wieder Das ist das Ding Ah, verdammt Verdammt, verdammt, verdammt Aber okay Ja, da müssen wir jetzt arbeiten Ich meine, wenigstens Zünd das Teil Pah Okay, sehr gut Das mal das Relay killen Ich meine, die Jäger sind halt auch da Und das ist halt schon ein Vorteil Ich habe halt sehr viel Leben dafür bezahlt Der ballert denn auf mich Ah, das ist ein Geschütz Okay Ich hole mal erstmal Schild, Leute Boah, das war Das war nicht gerade klug, was ich gemacht habe Ich bin echt davon ausgegangen Wenn ich alle Jäger kille, habe ich gewonnen Das ist natürlich nicht Da war gerade schon wieder was Was muss ich drücken Das, seht ihr das Was ist, wenn ich Nein, bleib Bleib da einfach hängen Nein, wie Wie bleibt man da kleben Ich Ich würde das Geld verstehen Aber ich check's nicht Naja, komm Geschütz Geh mich nicht auf den Sack Dann lauf mal weiter Weiß nicht, wie lang Ob die Jäger jetzt schon in Position sind Oder ob die noch spawnen müssen Ich brauche hier unbedingt ein Schild Ja, kriege ich mal den da Okay, genau Pah, gleich zwei Sehr gut Die Jäger sind immer noch nicht da Also irgendwie Brauchen die noch ein bisschen Das finde ich sehr schön Also die Jäger sind irgendwie noch gar nicht da Zumindest Wo sind sie? Ich seh Von Alter Sneaky Bastarde Alter Sind die Ah, die spawnen hinter uns Oh mein Gott Rennen Okay Okay, aber das kann mich Alter Der wird gerade gekillt Jaja, die Arena ist zwar da Aber der Jäger wird hier schon wieder gekillt Von dem Monster Das ist mir wieder Okay, warte mal Ja, ihr könnt mich ruhig Ihr könnt hier ruhig Gegen mich kämpfen Ich meine Mir kann es egal sein Wenn euer Relay kaputt geht Und es wird gerade kaputt Kaputt gemacht Kaputt gegangen Wollte ich gerade sagen Okay, fuck Ich gehe mal mit chill hier Ich mache mal die Geschütze hier schnell kaputt Falls ich bis dahin komme Ja Harm Sind die kaputt Ne Ich glaube nicht Egal Ich gehe klettert da weiter Diener sind gespawnt Das Ding ist schon halb kaputt Das ist sehr, sehr gut Aber ich brauche immer noch viel mehr Wie Sneaky Das war echt ganz schön Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet Das ist Weil die spawnen dann noch am alten Punkt Das ist echt trick Genau Es sind sehr gut Aufwandern sind zwei Zack Kommt die Spinnen noch ran Alter Junge Okay, okay, okay Sehr gut Naja Wie weit spritzt der damit Wie weit spritzt der damit Alter Leute Zack Naja Ich lasse jetzt kurz meinen Diener arbeiten Ich chill mal ein bisschen Motto dieser Runde Chillen und relaxen Das habe ich nämlich schon am Anfang verkackt Weil die Diener werden das jetzt hier reißen Und zwar ganz easy Schaut mal Die machen das hier Ich könnte mal kurz Das hier ein bisschen asozial sein Mal schauen, ob das funktioniert Ja Und Wie viel Schaden macht das hier? Ah Nicht so viel Die Arena Die Arena verfehlt Obwohl ich mich nicht bewegt habe Das ist schon ganz schön scheiße Ja, Verfolgungspfeil ist klar Aber es bringt denen ja nichts Denn Vielleicht kommen wieder meine Diener Und die killen hier wieder alles So Pikachu Alles cool So Ja, ich habe Zeit Ich habe echt Zeit 1 Minute 50 Genauso viel Zeit habe ich noch So, die Diener kommen wieder Und die machen das jetzt für mich hoffentlich Ich könnte ja mal Ich weiß nicht, ob das dafür funktioniert Ja Kann ich die essen? Ich kann nicht meine eigene Das wäre nice Wenn man die eigene Spinne essen könnte So, da kommen die Diener rein Kommen die rein? Ja, ne? Okay Kann ich die denn da reinballern? Ah, schade Die kann man nicht reinschießen Das ist natürlich assi So, jetzt schauen wir uns das Spektakel hier mal an Alter, Diener Wo lauft die denn rum, ey? Was ist das für ein Umweg? Schaut mal Anstatt, dass die hier gerade auslaufen Okay Alter, wo schießt der das Ding denn immer hin? Ey, das prallt irgendwie immer an so einen unsichtbaren Wanderl So, jetzt mach das bitte Eine Minute Ah Ich glaube, die Diener gehen drauf, halt Bevor die irgendwas machen können Heftig Schau ich das mal an Nicht einen Schlag Nicht einen Okay Ich muss mit der nächsten Welle mitgehen Auf jeden Fall Da habe ich sowieso nur noch sau wenig Zeit 20 Sekunden Das Ding zu zerstören Manchmal Probier ich mal wieder was Zack Zack Ja, damit kann man Schaden machen Aber es reicht, glaube ich nicht Gleich nochmal Die macht gleich nochmal dasselbe Weil damit kann es echt immer so ein bisschen Schaden machen Ohne selber reingehen zu müssen Dann aktiviere es gleich nochmal Und, 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 und Bam Okay, wieder Voll geil, dass man dann auch trotzdem die Spider-Man-Fähigkeit machen kann Ja, zack Ah, das wird nicht reichen Ah, vielleicht den hitten Ah So, jetzt muss ich mit 20 Sekunden Go Go Oh, oh Oh, oh Oh, oh Schlag drauf, Alter Oh mein Gott Schlag drauf Kill es Kill es Nein Oh Oh Nein Ey, dass es auch keine Overtime gibt Das ist ja auch asozial Ey Fuck Oh, nee Ich musste halt irgendwie auf die Diener warten Wenn ich da jetzt einfach so reingegangen wäre Bevor die Diener gespawnt wären Wäre das Risiko da, dass ich einfach von denen in der Arena gekillt werde Das ist halt Dann nicht so geil Aber so Ach, komm, ey Leute Vielen Dank für das Einschalten Das war Ja, ich weiß immer nicht, wie ich an den Wänden käme Ich muss da jetzt mal nachschauen, wie das funktioniert Dann testen wir es in der nächsten Folge, hoffentlich Bis dahin Ciao Ciao Ciao